Heute bei unserem Adventsgaukelkalender kriegt ihr eine Balansieraufgabe. Ihr nehmt dazu eine Flasche, ein 2-Euro-Stück und zwei Gabeln dürft ihr zur Hilfe nehmen. Eure Aufgabe ist, dieses 2-Euro-Stück hier auf dem Flaschenkreis balancieren zu lassen, ohne dass es runterfällt. Ihr dürft zur Hilfe die zwei Gabeln verwenden. Viel Spaß beim Ausprobieren! Ausprobieren! era Er cousin rice